Wie lösche ich automatisch alle Telegram-Chats in der Gruppe? Vielleicht möchten einige Benutzer eine Gruppe bilden, um mehr mit anderen Personen zu kommunizieren und alle Konversationen und Chats löschen, die Benutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt in dieser Gruppe geführt haben, um diese Gruppe besser verwalten zu können. Rufen Sie dazu die Telegram-Anwendung auf Ihrem Telefon auf. Klicken Sie dann auf die gewünschte Gruppe. Ich wähle zum Beispiel diese Gruppe. Dann klicken Sie auf diesen Abschnitt. Beachten Sie, dass Sie der Ersteller der Gruppe oder der Administrator der Gruppe sein müssen. Andernfalls können Sie eine solche Änderung in der Gruppe nicht vornehmen. Klicken Sie oben auf der Seite auf diese Option. Klicken Sie auf diesen Abschnitt zum automatischen Löschen. Wählen Sie den Zeitraum aus, in dem alle neuen Konversationen automatisch gelöscht werden sollen. Einen Tag, eine Woche oder einen Monat. Sie können auch Ihre gewünschte Zeit aus diesem Abschnitt auswählen. Zum Beispiel klicke ich auf diese Option. Jetzt werden einmal täglich alle Gruppengespräche, die an diesem einen Tag stattgefunden haben, automatisch gelöscht. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen.